Vielen Dank an Patrick. Es gibt auch in Köln und in anderen Städten kenianische Communities, die sehr aktiv sind. Die Leute in Köln haben unter dem Label von Everblazing Sound Productions extra ein Lied für Jimmy geschrieben. Ich würde das jetzt gerne hören und anschließend gehen die Reden dann noch weiter. Es gibt noch mehrere Leute, die hier gerne sprechen möchten. Can you run the track that I give you? I give you a good one. Danke. 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 Danke.